Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Star Wars Universe Community Video. Ich bin Sebastian von Star Wars Basis und ich werde euch heute die neuesten News der Star Wars Welt vorstellen, Kreationen aus der Community zeigen und eure Fragen beantworten. Wie auch die Fragen, wie sowohl die Handelsföderation, wie auch der Bankenclan, sowohl bei der Republik, wie auch bei den Separatisten vertreten waren, wann die Klonarmee der Republik hätte zugeteilt werden sollen und ob es möglich ist, dass Sith insgeheim die Fäden für Aktionen aus Sachen wie der High Republic gezogen haben. Aber lasst uns erstmal die News der letzten Zeit anschauen und ich sag bewusst nicht letzten Woche, weil natürlich jetzt seit ein paar Wochen so Community Videos hier nicht gekommen sind. Das liegt daran, dass ich im Sommerurlaub war, ich habe einige Videos vorbereitet gehabt, aber halt eben hier keine Community Videos. Deswegen jetzt hier wieder ein neues Community Video und da plane ich jetzt auch jeden Montag wieder neue von zu machen. Die News für die letzten vier Wochen oder so sind relativ interessant. Es gab aber nicht allzu viele krasse neue News, weil eben ja auch The Acolyte gelaufen ist. Und während eine Star Wars Serie läuft, macht Star Wars meistens nicht so viel Werbung für andere Sachen, vor allem nicht für andere Serien. Jetzt sind natürlich ganz viele The Acolyte Folgen gekommen, das Acolyte Finale ist gekommen, das sind News der letzten Woche und wir haben mittlerweile auch die News, dass eine zweite Staffel kommen wird von Young Jedi Adventures und zwar schon ab dem 14. August. Was ich ziemlich cool finde. Das ist diese Kinderserie für, ich würde fast schon sagen, so Kindergartenkinder, vielleicht Anfang Grundschulalterkinder und ich muss gestehen, ich bin mit der ersten Staffel noch nicht durch. Ich bin nun mal auch einfach nicht die Zielgruppe. Aber ich finde es ganz cool, dass diese Serie existiert, dass die auch für kleinere was anbieten und ich muss sagen, da gibt es deutlich langweiligere Kinderserien, auch für uns Erwachsene als Young Jedi Adventures. Das heißt, peu a peu werde ich mich auch durch Staffel 1 durcharbeiten und dann, wenn Staffel 2 draußen ist, auch mal in Staffel 2 reinschauen. Dann gab es natürlich in den letzten Wochen eine Menge neuer Star Wars Outlaws Trailer. Das Spiel kommt ja am 30. August, beziehungsweise wenn ihr das über eine krassere Edition vorbestellt, am 27. August raus und vor allem IGN hat auf deren YouTube-Kanal jetzt im Juli eine Menge Videos zu Star Wars Outlaws rausgebracht. Das ist zu viel, um das jetzt hier zusammenzufassen. Aber da gibt es Sachen über den neuen Mond Toshara, es gibt Gameplay von Star Wars Outlaws und es gab Infos zu den einzelnen Verbrechersyndikaten. Also wenn euch das interessiert, schaut da mal in die verschiedenen Trailer rein. Und ansonsten gibt es noch zwei kleinere News-Schnäpselchen, die ich ganz interessant finde. Zum einen haben wir mal wieder ein Lebenszeichen von Sean Levys Star Wars Film. Und Sean Levi ist zum Beispiel der Regisseur auch vom jetzt kommenden Deadpool- und Wolverine-Film. Und da gab es ja mal so ein paar Gerüchte, eine Ankündigung, dass Sean Levi auch ein Star Wars Film machen wird. Was das für ein Star Wars Film ist, keine Ahnung. Dann war lange Funkstille. Und jetzt hat Sean Levi sich zu Wort gemeldet. Der Film existiert weiterhin. Und die haben jetzt auch einen Drehbuchautor, nämlich Jonathan Tropper, der das Ganze jetzt schreiben soll. Und der war unter anderem der Autor von The Adam Project. Ein Film, den ich leider nicht gesehen habe. Aber Sean Levi scheint davon ziemlich überzeugt zu sein. Der Film lebt doch. Sind ganz gute Zeichen, dass auch Filme außerhalb von denen, die jetzt bei der Celebration angekündigt wurden, hier dieser Dawn of the Jedi-Film, der Rey-Film und der Dave Filoni-Film und natürlich Mando und Grogu, dass daneben auch noch weitere Star Wars Projekte in Arbeit sind. Und wir ab so in zwei Jahren dann hoffentlich wieder regelmäßiger auch guten Content von Star Wars im Kino sehen werden. Und natürlich ist jetzt The Acolyte zu Ende. Dafür wissen wir, dass ja noch zwei weitere Star Wars-Serien abgedreht und ich vermute auch schon einigermaßen geschnitten sind. Das ist zum einen Endor Staffel 2, was sehr wahrscheinlich irgendwann im Laufe des nächsten Jahres kommen wird. Aber zum anderen auch Skeleton Crew. Von dem Projekt wissen wir, dass das irgendwie thematisch an die Weihnachtszeit gebunden ist. Das letztes Jahr konnte es zur Weihnachtszeit nicht rauskommen, weil es zu nah an Ahsoka war und weil da die Streiks noch waren. Deswegen wird es jetzt wahrscheinlich in Richtung der Weihnachtszeit veröffentlicht werden. Und da ist jetzt auf Twitter ein Bild aufgetaucht, was ich relativ lustig finde, nämlich von einem Skeleton Crew Poster, was in einem Secondhand-Laden gefunden wurde. Also irgendwie, da scheinen Lucasfilm und Disney so davon überzeugt gewesen zu sein, diese Serie letztes Jahr rauszubringen, dass eine Menge an Leuten schon einfach Skeleton Crew Merch bekommen haben. Und die haben sicherlich einige Knebelverträge, dass dieses Merch eigentlich nicht verkauft werden darf, bevor die Serie halbwegs draußen ist oder zumindest ein Trailer rausgekommen ist. Aber hier und da findet Merch immer mal wieder den Weg auf Ebay oder in Secondhand-Laden. Und jetzt ist halt dieses Poster gesichtet worden. Da finde ich relativ interessant, dass wir wissen, dass Jude Law ein relativ großer Charakter in der Serie werden soll. Und der ist auf dem Poster nicht zu sehen. Vielleicht diese Silhouette könnte Jude Law sein, aber ansonsten ist er da nicht drauf zu sehen. Die vier Kinder, um die es da geht, sind hier relativ prominent drauf. Ein Droide, der so über allem drüber schwebt und für mich, um ehrlich zu sein, so ein bisschen aussieht, als wäre das der Bösewicht der Serie. Was interessant wäre, einfach mal einen Droiden als Hauptgegenspieler hier zu haben. Aber vielleicht noch interessanter hier rechts sind zwei Schädel zu sehen. Was hat das bitte zu bedeuten? Ich glaube, wir hatten noch nie auf Star Wars Promomaterial irgendwas an totem Zeugs drauf. Sei es jetzt Leichen oder halt irgendwie Knochenschädel. Das sieht schon ziemlich, ziemlich düster aus für eine Serie, in der auch Kinder mit auftauchen. Und da frage ich mich so ein bisschen, startet die Serie mit sechs Kindern und zwei von denen schaffen es nicht? Das wäre schon richtig düster. Schreibt eure Gedanken dazu mal unten in die Kommentare. Aber mehr News gibt es nicht, über die ich jetzt heute mit euch reden wollen würde. Wenn nächste Woche was Neues passiert, beziehungsweise diese Woche, werdet ihr das natürlich nächsten Montag im nächsten Comic-Mitglied-Video erfahren. Und kommen wir damit zu den Kreationen, die ihr so in letzter Zeit hochgeladen habt. Da haben wir zum einen mehr cooler Lexikon und da wurde eine Lego-Minifigur eines, ich vermute mal, Sith erstellt. Du hast allerdings nicht dazu geschrieben, ob das jetzt ein bekannter oder ein eigens designter Sith sein soll. Könntest du gerne nochmal in die Kommentare schreiben, dass wir da genauer Bescheid wissen. Und mein cooler Lexikon hat dann auch noch eine Zeichnung von Chimir hochgeladen, die ziemlich cool ist. Und von Koroks kommen diese gekneteten Vögel-Kreaturen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was das sein soll. Die aber natürlich bei diesem komischen Inselplaneten von Chimir in The Acolyte zu sehen waren. Und das sieht wirklich, wirklich sehr krass realistisch aus. Ziemlich, ziemlich cool. Aber das waren auch schon die Kreationen. Wenn ihr jetzt selber Kreationen hochladen wollt, die hier in so Community-Videos mit vorkommen sollen oder euch die Kreationen der letzten Wochen, Monate anschauen wollt, kommt gerne auf den ZDOS Universe Discord-Server. Der Server ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ihr da unter der Kategorie Kreatoren im Textkanal SWB Community Creations schaut, könnt ihr da die verschiedenen Kreationen finden und selber welche hochladen. Aber kommen wir damit zur Beantwortung eurer Fragen. Die namensgebende Frage stammt von Pilzschwester und lautet, glaubst du, dass der ein oder andere Sith bei den bisher bekannten High Republic Konflikten irgendwo insgeheim im Hintergrund die Fäden gezogen haben könnte? Was dann erst im Nachhinein enthüllt werden könnte? Meine jetzt so Dinge wie Drangir oder Nihil angestachelt etc. Ja, das ist ein interessanter Gedanke, den ich mir auch das ein oder andere Mal gedacht habe, beim Hören der ersten Phase der High Republic Werke, ob man das in irgendeiner Art und Weise verbinden könnte. Und um ehrlich zu sein, bin ich mir da nicht sicher. Ich bin jetzt quasi mit Phase 2 der High Republic durch, in Phase 3 bin ich noch nicht drin und die Comics habe ich sehr, sehr vernachlässigt. Was bedeutet, dass ich nicht zu allem aus der High Republic was sagen kann. Für die Nihil sehe ich, um ehrlich zu sein, bisher noch nicht so mega die Verbindung, die die mit den Sith haben könnten. Aber wenn ich mich richtig erinnere, war es bei den Drangir ja so, dass die auf einer Art Raumstation gefunden worden sind, die sehr mit der dunklen Seite der Macht verseucht worden war. Das scheint ja hier so, als ob es da um irgendwas relativ Antikes ging, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Sith hier in irgendeiner Weise das eingefädelt haben könnten, dass die Drangir halt da irgendwie gefunden werden. Aber ich bin mir, um ehrlich zu sein, nicht sicher. Schreibt eure Gedanken dazu gerne auch mal unten in die Kommentare. Laszlowski fragt, wie und wann hätte der Republik die Klonarmee zugeteilt werden sollen, wenn Obi-Wan nicht zufällig den Gefallen analysiert und die fehlenden Daten im Archiv ignoriert hätte. Und um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht sicher, ob wir dazu irgendeine vernünftige Antwort haben. Ich glaube, im Kanon haben wir definitiv keine. In Legends könnte es sein, dass in irgendeinem James-Lucene-Roman da mal was zu drin stand. Bin ich mir aber, um ehrlich zu sein, nicht sicher. Was ich mir allerdings vorstellen kann, ist, dass es flexibel sein sollte und dass es mehr oder minder ein glücklicher Zufall war, dass Obi-Wan das da jetzt gefunden hat und dass ansonsten eben vermutlich noch ein paar Monate, vielleicht ein, zwei Jahre gewartet worden wäre, um dann diesen Konflikt so richtig loszubrechen. Die Republik hätte gemerkt, oh, wir haben ja gar keine Armee und dann hätte Palpatine es irgendwie eingefädelt, einen Repräsentanten oder einen Jedi in Richtung Kamino zu schicken, um da die Klonarmee dann zu finden. Aber ich glaube, da haben wir keine vernünftigen Antworten zu. Und dann noch die Frage von Theodor. Wie kam es, dass sowohl die Handelsföderation als auch der Bankenclan während den Klonkriegen im Separatistenrat, aber gleichzeitig auch im Senat der Republik vertreten waren? Korruption und Gier und Abhängigkeiten, würde ich mal sagen. Zum einen haben sowohl Handelsföderation wie auch Bankenclan beide Seiten ausgespielt, vor allem aber eher die Republik ausgespielt. Mit Hilfe der Sith, ohne dass diese großen Firmen und Firmenkonglomerate das überhaupt wussten, wurden die Gesetze der Republik in den Jahren und Jahrzehnten vor Episode 1 so ausgehöhlt, dass es halt immer einfacher und einfacher für diese Firmen war, im Senat Macht zu erhalten. Und dementsprechend war es relativ schwierig, dann die da wieder rauszukriegen. Dann haben natürlich Handelsföderation und Bankenclan auch einfach gelogen und gesagt, ey, wir unterstützen die Separatisten gar nicht so wirklich. Und man darf nicht vergessen, Palpatine war hier der Kanzler, der konnte natürlich auch versuchen, weiter die Strippen zu ziehen. Und was als letztes noch dazu kommt, es waren sehr wichtige und sehr mächtige Firmen und je nachdem, welche Quellen man sich anschaut und ob man jetzt Kanon oder Legends nimmt, hat man auch einfach viele von diesen Firmen, die bei den Separatisten mit dabei waren, die sehr, sehr viele Produkte auch an die Republik geliefert haben. Und die Republik war zu Teilen abhängig von den Sachen, die diese Firmen denen bringen konnten und dementsprechend mussten die Firmen auch in irgendeiner Art und Weise in der Republik akzeptiert werden. Ich hoffe, ich konnte ihr damit weiterhelfen. Das war aber auch schon die letzte Frage für heute. Wenn ihr selber eine Frage stellen wollt, die nächsten Montag im nächsten Community Video beantwortet werden soll, haut sie hier unten in die Kommentare. Mit ein bisschen Glück kommt die dran. Damit euch allen noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein.